Hallo und herzlich willkommen zu einem Video, in dem ich zeige, wie man ein T-Shirt oder es kann auch ein Body sein mit der V3 besticken kann. Mein Name ist Anni vom YouTube-Kanal Handmade by Anni und ich zeige jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020